Unter dem Meer ist es lange her und damit herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ja, ich mag selber gar nicht glauben, dass wir wieder hier sind und ich habe alles vergessen. Ich weiß gar nicht, wie weit wir waren. Ich weiß nur, dass wir definitiv hier in der Base unter Wasser hatten und es jetzt nicht mehr so ist. Ich weiß gar nicht, Energie ist auf jeden Fall 75. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier nichts mehr anbauen werde. Ich hoffe, das bleibt alles so hier mit... Mit, äh, Dings. Essen. So, hatten wir denn Essen? Wie war denn jetzt hier nochmal? Ich muss selber erstmal gucken. Okay, hier war Essen drin. Äh, wie komme ich aus dem Menü mal raus? Äh, Tab. Okay, Tab. So, Gestein. Gestein. Gestein hat der Flexi hier gesammelt. Okay, nice. Technik, organisch. Gestein, Gestein. Spinnt. Der spinnt doch wohl. Okay, so. Kalorienaufnahme. Ja, wir haben Hunger. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß, dass wir auch, äh, wir haben gar nichts im Inventar, ne? Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nur, dass wir irgendwie, äh, irgendwelche Fische essen können. Waren das die hier? Ich nehm dich mal mit. Äh. Äh. Da kann man da, glaub ich, auch Getränke rausmachen und so. Das weiß ich. Dich nehm ich mit. Blasenfisch. Oh, und ist das wieder schön, hier zu sein. Nachdem wir ja jetzt, äh, so lange quasi, ja, ich glaub über 40 Folgen waren. 20, 44, 45. Äh, Vulcanoids gespielt haben. Dachte ich mir, machen wir mal weiter beim, was ist das denn? Äh. Machen wir mal weiter mit, äh, Subnautica. Ich hab da Bock drauf. Und ich denk, komm. Ich werd mal ein bisschen hier ein bisschen weiter survivlen mit euch. Ah, cool Ich frage mich, ob es wohl hier auch noch Inseln zu sehen gibt So, ich muss mich wie gesagt erstmal reinfinden Also nicht wundern, wenn ich irgendwas falsch mache Oder sonst irgendwas Du springst hier nicht raus Ich hoffe, unsere Basis hält das aus Weil ich weiß, dass wir die unter Wasser hatten Also dass hier alles voll war Ich würde das mal, glaube ich, abreißen Wie ging denn das nochmal? Selbstscannen? Ne Hier geht denn nochmal der Baum-Modus Äh, Glas-Segment Ah, hier kann ich das ab Wie reiße ich das ab? Dekonstruieren mit Kuh Ja, so Dann ist das, glaube ich, ein bisschen Ah, Hüllenstärke plus 2 addiert Ach, guck mal an, genau Weil man muss hier irgendwie auch auf die Hüllenstärke achten wohl Ah, und das Teil haben wir ja auch Nice Wir waren ja schon echt weit Wir haben, ist das die Seemotte? Nee Richtig viele Sachen haben wir So, wir haben auch schon viel CO2 Also wir können echt weit Schwimmen und tauchen und so Was ist das hier Schönes? Kreaturen ein? Nee, ich will nicht Ich will jetzt erstmal essen und trinken Bevor wir jetzt gleich hier wegnippeln Sind hier noch Fische? Diese Geräusche immer Und man musste Sachen scannen Um irgendwas Neues zu erfahren, ne? War doch, glaube ich, so, ne? Oder? Okay, den Fisch kann ich nicht scannen Oh, da Da, 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 da Da Äh, wo ist er hin? Komm her Was ist das für ein Geräusch? Äh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Was ist das denn? Hilfe Okay Ich düse erstmal zurück Da ist ja auch unsere Kapsel Dann müssen, dann heißt Wir wissen immer Ungefähr immer, wo wir hin müssen Ja, so, jetzt muss ich erstmal gucken Wie das nochmal war hier mit den Mit der Nahrung und den ganzen Krempel So, gekochte Nahrung Ja, Blasenfisch bitte Danke Nochmal Blasenfisch bitte Und nochmal Blasenfisch Und nochmal Blasenfisch Oh, nochmal Blasenfisch Denn wir sind sehr hungrig Und auch sehr durstig Glubscheiß auch gekocht Ich will aber, äh, Trinken herstellen Was brauchen wir denn dafür? Auch Blasenfisch, okay Äh, ja, dann können wir den anderen Nochmal herstellen als Nahrung Dann müssen wir den anderen Fisch Jetzt nochmal sammeln Weil so viel hat der Flexi Nicht vorbereitet an Nahrung Da war er ein bisschen, äh Äh, ja Vergesslich So Äh, Essen Ah, dadurch kriegen wir auch ein bisschen Getränke Durch den Blasenfisch Sehr schön So, dann packe ich hier das Essen rein Oh, wir haben sogar eine Wasserflasche Doch, eine Wasserflasche hat er uns Hat er uns gelassen Nice, okay Trotzdem will ich ein bisschen auf Vorrat, äh, auf Vorrat sammeln Wenn ich das so sagen darf Wenn wir jetzt ein paar Blasenfische Ah, hallo Ach, das Teil hat ja auch Energie hier, ne Dann sollten wir vielleicht Batterie Batterie Oh, wie kommt man hier nochmal ausweichen Mist Diese Kackdinger Die hab ich ja ganz vergessen Diese Teile So, lass uns mal ein bisschen versuchen Irgendwie so Blasenfische zu sammeln Fürs Essen Wenn ich welche finde Oh, da ist ein großes Vieh Es ist auch sehr gefährlich hier unten Also unter Wasser Und ich muss ganz ehrlich sagen Ich mag tatsächlich die, äh Atmosphäre auch in dem Game Also die ist wirklich sehr, sehr cool Sehr, sehr cool umgesetzt auch Wir werden ja auch noch weiter erkunden alles Hallo Rochen Ich will gar nicht wissen, was noch unter Also noch weiter unten ist An Äh, Lebewesen Noch tiefer als wir jetzt, sag ich mal 100 Meter oder so Also es wird ja noch viel, viel interessanter Je tiefer wir tauchen, ne Das ist eigentlich mega cool Ich freu mich, dass wir spielen So, es hat ja auch gute Bewertungen bekommen Ich weiß Wofür ist denn der Pilz nochmal gewesen hier? Säurepilz Ich nehm mal einen mit, um zu gucken Wir haben ja, glaub ich, auch so eine Wiki, ne Wo wir nachschauen können Was wir, äh, machen können, glaub ich So, Blasenfisch Nieh mal mit Haben wir hier schon soweit alles? Was ist das hier für einer? Bumerang? Komm mal her, Bumerang Den, den greife ich einfach so weg Oh, Sauerstoff Ja, 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 ja Alles gut So Nahrung Ach guck mal, Bumerang können wir auch Schmeckt gut um die Flossen herum Dann machen wir die nochmal Wenn der Bumerang gut schmeckt Mal gucken, ob der mehr Essen bringt Als wie der Blasenfisch Der bringt ja auch tatsächlich ein bisschen Nahrung Also Getränke Huch Äh Energie Null Ach so Stimmt, da war ja was Stimmt, wir haben ja Solarenergie hier oben drauf Da war ja was Stimmt Und die Sonne geht jetzt gerade auf Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen Okay, nice Sehr schön Äh, Persönliches Was können wir denn hier? Werkzeuge Ach so, Lampe Schubkanone Laserschneider Auftriebskörper Auch schön Aber wir wollten ja noch ein bisschen Trinken herstellen, ne? Anstatt Essen Jetzt habe ich den Blasenfisch die ganze Zeit verbraucht Für, für Essen So Ein bisschen aufpassen mit der Energie Also vier Energie brauche er immer Was das? Wollte ich doch gerade sagen So, weiter gehen So Das war's Okay Das heißt, wir haben genug zu essen, genug zu trinken Jetzt erstmal Was bringt denn der Bumerang? Der bringt 19 Nahrung und einmal Wasser 14 Nahrung Bringt der Blasenfisch Das heißt, der Bumerang bringt tatsächlich mehr Das ist ja interessant Okay So, jetzt erstmal trinken Und das erstmal den Behälter wechseln Dann kommt das rüber Was können wir mit dem Pilz machen? Ein violetter Pilz Säurealtiges Fleisch Damit können wir bestimmt auch irgendwas essen Zubereiten oder so Müssen wir mal gucken So, was haben wir denn hier? Baupläne Genau, wir konnten Energiezellen Batterie Kupferdraht Etc PP Gepökelte Nahrung Auch nice Mit Salzablagerung Können wir einen gepökelten Bumerang herstellen C Aber wohlschmecken Macht durstig Aber hält sich lange Okay So, Schwimmflossen Ich weiß gar nicht, ob wir die Haben wir die? Die haben wir glaube ich nicht, ne? So Strahlen Tauchanzug Reißlauftauchgerät Okay, wir haben auf jeden Fall noch einiges Hier ist die Seemotte Oh, die will ich unbedingt haben Die Seemotte Okay Ultragleitfiege Schwimmflossen Auch nice Zyklopenmaschinenbauplan Aha Okay, und die sind die ganzen Dicks Observatorium Nice Scannerraum Mehrzweckraum Ja, das wird noch interessant Wir werden noch einiges bauen Okay Insektenbeetkasten Komposit Pflanzentopf Aha Wandspinnt Spint Aquarium Ah, guck mal Das ist wahrscheinlich ein größerer Spint, ne? Großer Okay, das ist kleiner An der Wand befestigt Gut Wir haben Datenbank Baupläne Fahrzeug Zyklop Was? Was ist das denn? Und einheimische Lebensform Pflanzen Meer Leuchtglobus Aha Diese ungewöhnliche Pflanzenart wurde ausschließlich in den Tiefenriffen gefunden Sie besteht aus einem großen, kugelförmigen, gasgefüllten Membranen, die mit ihrem Wurzelsystem am Meeresboden verankert ist In diesen Tiefen soll dieses Gebilde wahrscheinlich nicht den Zugang zum Sonnenlicht verbessern, sondern eher die Fähigkeit der Globen sich zu verbreitern Wenn die Globen eine ausreichende Höhe erreicht haben, platzen sie und zersetzen Sporen frei, die durch Wasserströmung in die Umgebung verteilt werden Mein Name ist Peter Lustig und das waren die Infos So Ähm Genau, wir haben ja Aufgaben jetzt glaube ich erstmal soweit keine, ne? Genau Rettungskapsel, la la la, anzeigen Hier, Signal Rettungskapsel, Signal Entschuldigung Ähm Ist wo? Da hinten In 767 Meter Weiß gar nicht, ob wir schon da waren Können ja da mal hindüsen Wir haben zwar nur noch 16 Energie Aber wir können es ja mal probieren Was wir da Was wir da finden werden Bisschen weiter weg von zu Hause, schauen wir mal Bei den großen Fischen oder keine Ahnung was es sind Habe ich immer ein bisschen Angst Ach schön Und dann diese beruhigende Musik immer Hatten wir nicht schon mal in einer Folge? Apropos, ich wollte Ich war echt am überlegen, ob ich nochmal komplett von vorne anfange Aber Der Einstieg geht ja doch tatsächlich jetzt nach einer Zeit Ähm Aber hatten wir nicht in einer Folge Mal doch Land gesehen gehabt? Also waren wir nicht auf einer Insel? Oder irre ich mich da? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher Hm Gut, Batterie ist gleich Hinüber, wenn ich das richtig sehe 7% noch Energie von dem Ding Aber wir sind gleich da Geht natürlich viel schneller, ne? So, eine Restschwimmer Self-Scan mit F Okay, gesund Das ist eine Rettungskapsel, okay Kann ich hier rein? Ich würde da gerne rein Hallo Ach hier Datenbox öffnen Kompass zeigt Himmelsrichtung Oh, cool Kompass Neuer Bauplan verfügbar Nice Kompass Geil Den können wir gut gebrauchen Da können wir uns orientieren Jetzt tanken wir Sauerstoff auf So, dann würde ich sagen Dann düsen wir mal Wieder zurück Wieee Hierfür brauchen wir noch eine Batterie Mal gucken, was der Kompass So benötigt Um den herzustellen Weil der wäre echt Gold wert Und wie gesagt Hierfür sollten wir auf jeden Fall Einen Energiekern Oder so eine Art Batterie mal bauen Damit der wieder voll ist Glubschi Glubschi Energiequelle wechseln Batterie Voriges Auswählen Haben wir noch Wir haben noch eine volle Haben wir noch eine volle Batterie Im Inventar Warte mal Abbrechen ist Links, okay Aber wir haben noch eine Batterie Ach, guck mal Ach Da hat der Flexi ja Oh mein Gott Da hat der Flexi ja wirklich Schon vorgearbeitet Guck mal Ach, das ist ja supi Hey, Boomerang Wie ein Boom, 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 Boomerang Komm ich immer wieder bei dir an Wie ein Boom, 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 Boomerang La 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 Bei dir an Oh, ja Ich bin schon weg Ciao Ich fliege so schnell ich kann Durch deine Umlaufbahn Hui So, Freunde Ach, ist das schön Wieder hier zu sein Wer hätte das gedacht? Tja, dann bin ich mal gespannt, wo wir unsere Reise als nächstes hingeleiten werden. Haben wir noch einen Eingang hier? Nee, ne? Ist nur der eine, glaube ich, oder? Hi, grüß dich. Ich frage mich, wie wir meine Energie auf jeden Fall steigern können. So, Persönliches, Ausrüstung, Kompass, Kupferdraht und Kabelsatz brauchen wir dafür. Okay. Ähm, Nahrung würde ich vielleicht noch mal erstellen? Kupferdraht und Kabelsatz. Das muss man mal merken. So, Wasser ist auch mal gut zu haben. Ne? Nice to have. So, und noch mal Nahrung. Blup. Und blup. Immer gut, immer gut vorbereitet zu sein. Muss man einfach so sagen. Blaben wir denn noch? Okay, das war's. Nice. Äh, ich wollte nicht zuschlagen. Ich wollte hier die Essenskammer auffüllen. Und die Trinkenkammer. Ja, guck mal, das sieht doch schon viel besser aus. So, die Batterie. Wie fülle ich die nochmal auf? Weil ich möchte schon gerne, ähm, vorbereitet sein. Und ich wollte hier nochmal geguckt haben, dieses Zyklopendings hier. Standteile unbekannt. Ach ja, wir müssen ja die Sachen scannen. Damit wir... Ah ja, stimmt. Wir müssen dreimal Sachen scannen von dem Zyklop. Blup, Zyklop. Also, das sind Bauteile, damit wir es herstellen können. Genau wie die Seemotte. Ähm, jetzt gucke ich mal eben, was wir brauchen für die Batterie. Ist das Geräte? Äh, Gravitationsfalle? Nee. Persönliches? Werkzeuge? Nein. Ausrüstung? Kompass? Äh. Schimpflossen? Nee. Ressourcen? Nein. Elektronik? Ah, Elektronik. Doch. Ah, hier, Batterie. Kupfererz und zweimal Säurepilz. Ah, dafür brauchen wir die. Oder ist es das hier? Nee, wir brauchen ja Batterie, ne? Kabelsatz brauchen wir zweimal Silbererz. Das haben wir sogar, ne? Haben wir nicht sogar Silbererz? Quarz, Lithium, Kupfererz haben wir hier. Ha, huch, Entschuldigung. Haben wir nicht sogar Silbererz irgendwo drin? Titan, Blei, Silbererz, hier. So, warte mal. Äh, dann brauchten wir... Nee, warte mal, warte mal. Warte mal, da ist Ressourcen. Elektronik. Kupfererz haben wir zweimal Säurepilz. Zweimal Silbererz brauchen wir. Okay. Äh. Zweimal Silbererz. Wichtig? Nein. Was ist wichtig? Okay, Lebensenergie, Kupfererz. Und zweimal Silbererz war das, ne? Ach, guck mal, hier haben wir ja noch jede Menge Batterien drin. Ach, der, ach, guck mal, der Flexi vorbereitet hat. Das ist ja unfassbar. Aber leere Batterie. Okay. Okay, Leuchtfackel, Feuerlöscher, nice. Okay.